Kürzlich verkündete Thomas Gottschalk, im November ein letztes Mal für Wetten, dass vor der Kamera stehen zu wollen, jedoch ohne Michelle Hunziker. Nun steht fest, wer die Blondine ersetzen wird, Let's Dance-Star Viktoria Swarovski. Thomas Gottschalk, statt Michelle Hunziker, Viktoria Swarovski bei Wetten, dass Dabei, für die Fans der ZDF-Kultshow war es ein Schock. Wetten, dass Geht im Winter in die letzte Runde mit Thomas Gottschalk, 73, als Moderator. Am 25. November wird der beliebte Showmaster nur wenige Jahre nach seinem Comeback zu der beliebten Sendung ein letztes Mal vor der Kamera stehen. Über die Gründe erklärte der 73-Jährige offen. Ja, es ist richtig. Es wird mein letztes Wetten, dass, sein. Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen. Was viele Fans besonders enttäuschte. Co-Moderatorin Michelle Hunziker, 46, wird bei der letzten Wetten, dass Ausgabe nicht mit von der Partie sein. Dafür aber eine andere Promi-Dame. Freue mich auf die Zusammenarbeit mit Viktoria Swarovski. Alleine wird Thomas Gottschalk an dem besagten Samstagabend, nämlich nicht seinen Abschied von Wetten, dass Feiern, keine geringere, als Viktoria Swarovski, 30, wird dem 73-Jährigen zur Seite gestellt. Erfahrung in Sachen Moderation hat die Kristallerbin genug, seit Jahren moderiert sie schließlich Let's Dance an der Seite von Daniel Hartwig, 46. Gegenüber Bild erklärte Gottschalk. Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Viktoria Swarovski. Doch auch Michelle Hunziker wird mit von der Partie sein. Statt als Co-Moderatorin soll sie allerdings auf dem berühmten Talk-Sofa von Wetten, dass Platz nehmen.